Charnet im Prach 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 Wir gehen über die Karelsbrug, sehr touristisch. Das ist der erste Kerstmarkt, die wir stehen haben. Sean sitzt sich immer auf der Gapen an der Kerstmarkt. Das ist der erste 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 Kerstmarkt. Das ist der nächste Kerstmarkt. Das ist der Kerstmarkt. Das ist der nächste Kerstmarkt. Das ist der nächste Kerstmarkt. Das ist der nächste Kerstmarkt. Das ist unsere zweite Kerstmarkt in Praag. Wir haben jetzt getrunken. Das ist der nächste Kerstmarkt. Das ist der Kerstmarkt. Drogenkart sind sehr sehr fühltig. Als man sieht, dass ich sehr gut ist. Das ist hier sehr frisch. Wir sind in Tschechien in der Bus. Wir gehen nach Theresienstadt. Das ist die Keresin. Es ist eine Art Toeristenbus. Wir werden ein uur voeren. Wir sind in Tschechien in Tschechien. 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 Wir sind in Tschechien in Tschechien.